Ein sehr gutes Besuch finde ich. Wir haben ein paar Kinder sehr froh gemacht, dass die normalerweise nicht immer ein ganz leichtes Leben haben, aber heute war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag und sie waren alle froh und das hat auch uns froh gemacht. Ich fand es eigentlich krass, trotz ihrer Situation, wie fröhlich die Kinder waren. Das hat mir am meisten gefallen. Da sieht man eigentlich, dass man trotz allem immer positiv im Leben bleiben sollte, egal was passiert. Ich glaube, die Kinder sind da manchmal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich hoffe, es hat mir gefallen. Aber jetzt habe ich mir Obersolonel. Ich will Obersolonel. Vielen Dank.